ja moin freunde grüßt euch herzlich willkommen hier bei mir wieder auf dem kanal wir spielen alles 19 auf der nordfriesischen marsch 1.6 mit dabei ist der thomas und der stefan grüßt letzte folge hatten wir ja drüben wiese nummer 21 21 die ballen gepresst und der thomas hat die dann direkt eingesammelt also wollte ich da nicht dann eine aufnahme machen wir haben überlegt was machen wir jetzt okay wir fangen an zu dreschen ja hier hinten haben wir feld nummer 15 ist das glaube ich ja genau und erfüllt nummer 15 da sind wir dabei jetzt den raps hier runter zu holen mit zwei mädrigern thomas fährt den fennig war den glas der stefan macht weiter bei seinem holz ja danach gülle direktsaat und mal gucken was man dann draufbauen da wir jetzt aktuell sehr viel stroh brauchen denke ich mal mit hafer oder irgendwie sowas werden und was halt auch aktuell gut im kurs ist ja eigentlich könnte es das ding holen dass man dass man sagt gut machen kann ja sagt gut können wir ja herstellen ja genau getreide haben wir ja schon was eingelagert naja 100 5000 ja dann abtanken ja der gerät Die freistehende Bahn Das Heizkraftwerk ist ja positioniert, ich guck nur wegen Bretterpaletten verkauft Achso 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 Kannste? Nee, nee, den Bereich kann ich nicht reinziehen Ich kann es auch nicht Doch, du bist Moderator Hallo Happy, wir sind in der Aufnahme, grüße dich Ohje Na, alles fit bei euch? Ja Bei dir auch? Ja, bist müde Die Kledorfer Ich bin alles am Stunde kloppen wegen Großer Oh Oh jo, ich hab jetzt seit dem 23. haben sie unser Zeitsystem umgestellt auf der Arbeit Ja Jetzt hab ich seit dem 23. habe ich jetzt, warte, du hast mich nämlich 15 plus Stunden gemacht Oh wow Ja Wir haben heute 2. Ja Was ist das für ein Hintergrund? Das ist doch mal kommt Wer Stunde hat, der kann im Sommer abfeiern Ist auch richtig Ich hab hier gestern auch 12 Stunden gemacht, also 2 Überstunden Morgen gehe ich eine Stunde früher Das war ein richtig guter Tipp mit dem Drehkreuz oben Warum? Ich hab vom großen Parkhaus relativ weit hinten geparkt, bis zum Container oben 6 Minuten gebraucht Ja 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 Da kannst du bei 2.17 kannst du ja dann da die Treppe hochgehen, weißt du? An dem Raucherbutchen da vorbei Und läuft da nur noch strack aus Treppe geh ich gar nicht mal Ich geh diesen Wartungsgang neben den Rohrleitungen Oder da Der Werkfeuerwehr Hm Glaube ich noch weniger Machst du jetzt Fahrgemeinschaft eigentlich mit der Frau G. aus W? Nee Ist ja in einem ganz anderen Labor Achso Aber ist noch eine hier aus Wetter Hm Die ist auch bei mir im Labor, mit der hab ich auch momentan Schicht Die ist ganz freundlich Ja Ja Ich wüsste ich Lass mich raten Lass mich raten Der Vorname beginnt mit S und der Nachname beginnt auch mit S Nein Okay dann lass es nicht Ich kennst nicht kannst du es so auch noch nicht muss ich dazu sagen Denkt man Manners Wir sind in der Aufnahme Ja Ja alles gut Hm Ich hab gerade an Eine Person gedacht Die hat nämlich auch vor Ich weiß nicht Ich glaub vor zwei Jahren bei Auf der Behringwerke angefangen zu arbeiten Ich weiß nur nicht genau ob die Beim HP da in dem Bereich ist Als Deutschland Die ist ja so zumindest ein Landkreis Ja das ist ja Ich hab Kohldammfliegen große Boah das hatte ich heute nach der Arbeit auch Ich war heute von halb 10 da bis um halb 7 Ja da bei bei 2 40 da ist auch glaube ich eine Bäckerei drin ne Ja da ist ja auch der 6 Da kommst du so als normaler nicht hin ne Mhm Ja wie könntest du mal das Geräuschel einstellen Weg Ne Jetzt Ja jetzt ist weg Thomas ist das noch eine Bahn oder ist dann das zwei Das ist eine Bahn runter und dann hast du hier noch den Den Sterzel der da noch stehen bleibt Ja dann fahr ich jetzt So ja Den Sterzel den kriegst du vielleicht noch bei dir in deinen Ja ja den krieg ich noch ein Jetzt Ja ja Der CK aus W hat sich am Samstag deinen Stream angeguckt Ja ich weiß Ich bin sehr beäumelt Der CK aus wie Hast du gestern Abend Dienst mitgemacht? Ja Und? Die halbe Stunde habe ich die Bienen hier gesammelt Was habt ihr gemacht? Ja Ja die haben dann nur ein bisschen erklärt Äh Wenn man sich einem auszieht Äh Wenn man jetzt hat Schutzkleidung So eine Notfalltürfung oder sowas müssen Ja Ich sehe nicht meine Schleife Eben Habe ich auch da reingeschrieben Ich habe eigentlich nur gestört und Bier getrunken Also habt ihr mit Kameraübertragung oder Ja ja Haben die alles schriftlich gemacht oder auch mündlich? Nur mündlich Das Beste war Dann hatte ich gesagt ich habe auch eine Corona Maske Dann habe ich mich freigestellt und habe ich hier schön mit der Anonymous Maske habe ich da gesessen Hehehe Anonymous so heißen sehr richtig Mabuie Waren viele Leute da? Waren vielleicht 16 Leute und auch mal kam zu spät Dicke Viertel Ja Der MW aus W auch? Ne Das ist glaube ich nicht seine Welt Ich brauche auch keinen LR aus W und auch keinen M A aus W M A L R Ah ja Ah ja Ich hab dann Ich hab dann aber gesagt du sitzt bei mir das heißt wahrscheinlich hast du den Dienst auch noch gedreht Hehehehe Okay Jemma trifft jetzt schon wieder mit dem LKW Hast du nichts zu tun Jemma? Doch Ich habe gerade Bretterpaletten weggefahren für 46,6 Oh okay Könntest du da vorne mal den anderen LKW nehmen und den Dicken da abtanken? Ja Ja Fangen wir mal gleich an mit der Gülle Aha Wie viele sind da drin Stefan? Boah Ach Dann muss ich erst mal her machen Ah Sind schon 93% drin Ah okay Dann häng ich jetzt hier unten ab und fahre dann so zum Hof Ich habe jetzt hier unten B Das war auch nicht nur das krein wo man drücke das hier vorne ist ja das hof sie locker dieses doppelte das hohe ja das große das grau ja ja genau da ist jetzt in irgendeine produktion reinkippt man kann sender und sowas reinkippen und was ist dein rohr so hoch boah das ist laut so 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 kompost hat schon knapp 14.200 kompost kommst du so schwer hin thomas naja gut 15.000 macht glaube ich die stunde so dann nehme ich mal mein schätzchen oh rap so meine freunde wie es weitergeht sehen wir dann in der nächsten folge ich wünsche euch noch einen schönen abend macht's gut gleich abo kommentar hätte ich fast vergessen wie immer nicht vergessen wir sind raus freude macht's gut ist denn dann ciao